Hallöchen! Heute sind wir mal wieder dabei, einen Klassen-Mod zu farmen, und zwar für Fleck, und das ist der Cosmic Stalker. Dazu sind wir jetzt auf dem Instinkprüfungsgelände. Ich kann ja mal hier ein bisschen raus, damit ihr auch genau seht, auf welchem Bereich wir hier sind. Hier. Hier bewegen wir uns gerade. So, und anscheinend wurde schon angefangen. Ja, die Kram einfach wieder laufen. Genau, dazu ist der Bulldozer, der altbekannte, schon vielleicht öfter mal mitgekriegt. So, und jetzt heißt es hier erstmal... Was ist denn jetzt gerade von der Granate? Ich hab jetzt ein paar Tage lang mit dem hier nicht mehr gespielt. Ich muss mich erstmal wieder einfuchsen mit dem Charakter. Ach, es fehlen eben diese kleinen Schlüsse hier. Vielleicht hätte ich auch mal einen anderen Charakter nehmen sollen. Aber hat's Pling gemacht. Ja, ich seh da auch was gegen. Aber es ist bloß... ...ein... 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 ...gebimmel. Oh, jetzt hat's Pling gemacht. Und das ist... ...Ryna. Sagt mir jetzt gar nichts. Sie sieht aber nett aus. Was... ...was haben wir denn da Schönes? Na, jetzt gerade lag das irgendwie so ein bisschen. So. ...ein super Badass. Ach so, die ist das. ... ... ... ... ... ... ... ich mache noch mal eine kiste auf gut ich muss mich echt wieder daran gewöhnen mit diesem charakter zu spielen die ganze zeit die geschütze hat die kleinen möchte gern raftern die sieht immer was knuffig irgendwie nicht das was legendäres gedroppt das blädeln so schön das hat die iridium sammeln es ist eingetroffen ja der taucht ab und zu mal auf ich rede und wollen nur alles jede menge kneter und bei dir geht's ja 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 da kam aber einiges aus alles freue gerade du hast das schluter artefakt angelegten ja ja dann muss man dazu sagen das schluter artefakt das erhöht um 1000 prozent die chance dass etwas legendäres tropft also wir haben das schluter artefakt über diese kammerquests oder was war das oder kammer andere herausforderungen die man erledigen kann und dort das levelt man auch immer so mit kann man dann nachher so das zeug in kisten also das level ist mit kisten austauschen und wenn man das eingetauscht hat hat eine chance dass es auch die schlüssel gibt und diese schlüssel kann man dann für bestimmte items eintauschen ist ja schwer soviel der eine lässt sich hier aber auf echt was stecken super sick muss ich sagen alter verwalter unterschied wenn man ein schluter artefakt hat eine weihnacht fühlt man sich als würde man mit dieser aber wir sind mal die waren fünf ich habe ja der gekriegt ja das ist nett und das mal zum boss hier habe ich hier noch irgendwelche warte mal hier ist die region zu knacken position würde ich auch noch mal kurz sammeln für meine test bazooka so wollen wir ja genau dass der entgegner ausgeschnuckelt hat sich jetzt gleich jetzt ist es echt oh nein was ist denn jetzt los das ist aber schwer hier ach verstehe oh da ist aber vier gedroppt bei mir ist nur eins glaube ich muss mal schnell abschießen ja da habe ich aber diese komische explosion diese beute explosion ich habe red fang gekriegt breath of dying ich habe auch den red fang aber nur den red fang es war das einzige ich habe das dead eingekriegt eine road scroll habe ich noch mal eingepackt und der cosmic stalker da haben wir ihn also wie ihr seht wir müssen hier einfach nur bei eigensinnige halterung das prüfungsgelände durch prügeln und dort den boss legen klar ist immer ein bisschen nervig weil man sich auch erst mal durch die ganzen maps durch so prügeln muss und es ist ja auch nicht garantiert dass man es kriegt aber dieser boss hat eine erhöhte chance zu droppen ja schön haben wir gleich sofort hin gekriegt also ich habe erster versuch genau erster versuch gemacht und das ist da rum gekommen ich hoffe es hat euch gefallen und hilft euch vielleicht auch das zu finden wonach ihr sucht und hoffentlich schaut ihr beim nächsten mal wieder mit rein danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal bye wild 100 lassen